Das lebendige Mastodon von Paul Scherbart Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das lebendige Mastodon Eine sehr merkwürdige Geschichte Am 12. November 1910 war der alte Baron Münchhausen in Irkutsk und sandte mir plötzlich folgendes Telegramm. Hier soeben die kolossalste Entdeckung gemacht. Seit vielen, vielen Jahrtausenden befinden sich Luftballons in der Erdluft. Und das sind natürliche Luftballons aus der Eiszeit. Fallen Sie nicht vom Stuhl. Wir haben drei Stück gefangen. Zwei sind ganz leer. Aber im dritten befindet sich, es ist wirklich wahr, ein kleines Mastodon. Drei Meter lang ist das kleine Tier, nicht viel größer als ein Elefant. Und das drolligste ist, das Tierchen lebt. Das erste lebendige Mastodon auf unserer Erde im 20. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. Wenn das kleine Tier nicht alles auf den Kopf stellt, so weiß ich tatsächlich nicht, was noch mehr passieren soll. Teilen Sie dieses Novum gleich allen Zeitungen mit und auch der Allgemeinen Gesellschaft für Luftozeanographie. Berufen Sie sich nur auf die Glaubwürdigkeit meines anerkannten Namens. Heute ist eben alles möglich. Ich bin Ihr alter Baron Münchhausen. Das Telegramm kostete sehr viel Geld. Der Postbote lächelte. Und ich lächelte auch. Was war nun zu tun? Ich sandte einen Waschzettel an alle Zeitungen Europas und begab mich ins Büro der Allgemeinen Gesellschaft für Luftozeanographie. Dort wollte man den Baronen sofort den Ehrendoktortitel verleihen. Ich aber riet ab. Ich sagte, wir müssten doch erst das Weitere erfahren. Denn, so bestimmt auch alles gehalten war, es war doch nicht unmöglich, dass sich der bekannte, nun schon 185 Jahre alte Baron mal einen kleinen Scherz leistete, denn die Sache erschien uns doch allen wie ein Märchen. Wo kam denn das Mastrodon her? Und im Luftballon drinnen sollte es sich Jahrtausende hindurch lebend erhalten haben, ohne Nahrung? Wir telegrafierten demnach an den alten Baron gleich das Nachstehende. Beim besten Willen nicht so ohne weiteres zu glauben. Wovon lebte das Mastrodon? Und wie sieht denn der Naturballon aus? Bitte umgehend Nachricht. Wir rüsten sofort Expedition aus, wenn sich das Unglaubliche bewahrheiten sollte. Die Direktion der A.G. für L. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie lautete, Wovon das Mastrodon so lange Zeit gelebt hat? Ja, das möchten wir auch gern wissen. Die verdünnte Luft, in der das Mastrodon lebte, ist sofort bei der Öffnung entwichen. Das Mastrodon lebt und hat eine Badewanne mit frischen Lachsen, einen zwei Meter langen Spickaal und 200 Bratwürste bereits aufgefressen. Jetzt sieht sich das kleine Tier lebhaft und freundlich mit den Augen blinzelnd nach Meer um und unser Vorrat muss erneuert werden. Die Stoßzähne sind über einen Meter lang, sonst ist das Tierchen ganz friedlich, hautdunkelbraun und gar nicht faltig wie bei einem Elefanten. Die Ohren verändern ihre Farbe, sind zumeist dunkelviolett, sehen aber auch zuweilen orangefarbig aus. Wir fahren heute noch mit dem Tier nach südlicher gelegenen Gegenden, werden von dort aus gleich Näheres berichten. Wir fürchten nur, dass das Tier sehr rasch wachsen wird und dann dürfte doch die Ernährung eines derartigen vorsintflutlichen Monstrums mit Schwierigkeiten verknüpft sein. Hochachtungsvoll, Münchhausen. Da lachten wir alle herzlich. Aber die Geschichte für einfach aus der Luft gegriffen zu halten, dazu hatten wir doch nicht den Mut. Der Name Münchhausen flößte uns doch allen zu großen Respekt ein. Lebhaft bedauerte ich, dass wir über die Form des Luftballons, besonders über die Beschaffenheit der Ballonhülle, Näheres nicht erfahren konnten. Auch hätte uns eine Bemerkung über die Art des Ergreifens dieses fabelhaften uralten Ballons sehr erfreut. Nun mussten wir uns in Geduld fassen. Und das ist bekanntlich nicht eine Kleinigkeit. Zwei Tage und zwei Nächte vergingen, ohne dass wir eine weitere Nachricht erhielten. Ich rannte jede zweite Stunde zur A.G. für L. Und alles war vergeblich. Da, endlich, der ersehnte Telegrafenbote. Er wurde beinahe zerrissen vor Ungeduld und das Telegramm lief Gefahr, ebenfalls zerrissen zu werden. Doch es ging schließlich noch alles gut ab. Münchhausen telegrafierte. Die Wachstumsmöglichkeiten sind in den letzten zwei Tagen ganz rapide gestiegen. Jetzt ist das Tierchen schon vier Meter lang. Aber was das alles zu sich genommen hat. Wir sind hier mitten in China. Viel Volk ist immerzu hier und macht das Tier unruhig. Wenn das Tier nicht immerzu hier fressen würde, wäre es wohl gefährlich. Verschiedene Tierärzte sind hier zur Stelle. Man wechselt in der Nahrung ab, aber wenn das so weitergeht, so ist das Tier in Jahresfrist so groß, dass es nicht mehr Platz auf dieser Erde hätte. Ich bitte, Expedition auszurüsten. Mir schwant ein Schauervolles. Jetzt hatten wir die neue Adresse und wir telegrafierten umgehend an den Baron dieses. Bitten um Angabe, woraus der Luftballonstoff bestand und wie groß dieser war. Ferner bitten wir um Nachricht, ob nicht noch eine Spur des Gases zu entdecken ist, das den Ballon oben hielt. Ferner bitten wir um Aufklärung, in welcher Höhe die drei Eiszeitballons entdeckt wurden. Und so dann um Angabe, wie das Herunterbringen der drei Ballons zur Erdoberfläche bewerkstelligt wurde. Expedition geht heute ab. Die Direktion der A.G. für L. Dieses Telegramm wurde nicht beantwortet. Unsere Depeschen begangen sich zu kreuzen. Münchhausen drattete danach. Das Unglück wird immer größer. Das kleine Tier ist jetzt schon fünf Meter lang. Die Russen, die hier sind, haben beschlossen, das Tier zu töten. Ich widersetzte mich dem barbarischen Vorgehen mit allen Kräften. Aber ich fürchte, die werden nicht stark genug sein. Bitten Sie umgehend die Kaiser und Könige von ganz Europa, hier ein Machtwort zu sprechen. Wir müssen doch sehen, was aus der ganzen Geschichte wird. Sowas passiert doch nicht alle Tage. Wir werden nicht so bald ein neues, lebendiges Mastodon entdecken. Bitten Sie die Direktoren der Zoologischen Gärten um Unterstützung. Lassen Sie Millionen aufbringen. Ich opfere mein ganzes Vermögen und meinen ganzen Kredit. Diese Russen sind ein zu barbarisches Volk. Sie verdienen die Prügel, die sie sonst bekommen. Durchaus. Das sind ja alles die reinen Henkersknechte. Bieten Sie auf, was Sie können. Hier ist jede Minute Milliarden wert. Schon ist das Tier fünfeinhalb Meter lang. Die Russen werden immer rabiater. Sie laden schon die Gewehre. Ich flehe Sie an, sofort dem Kaiser von Russland zu telegrafieren. Ich bin außer mir. Ihr alter Münchhausen. Dieses Telegramm versetzte uns natürlich in eine ungeheure Aufregung. Und in Kürze schickten wir so viele Telegramme ab, dass unsere gesamten Ausgaben für Depeschen in den letzten drei Tagen insgesamt 35.000 Mark betrugen. Nun kam auch Antwort auf unsere Depesche von dem alten Baron. Sie lautete, »Die Ballons wurden oben in der Luft ungefähr 7.000 Meter über Meeresspiegel gefangen. Runterbringen war unmöglich, da sie uns plötzlich höher zogen. Wir also schnell entschlossen schnitten alle drei Ballons auf. Im dritten fanden wir das vergnügte Mastrodon, das jetzt den Tod vor Augen sieht. Ich habe den Russen allen Whisky gegeben, den ich auftreiben konnte. Aber die Kerls können ja so schrecklich viel vertragen. Die drei Ballons waren übrigens durch Schlinggewächse aneinander gekettet. Durch eine Unvorsichtigkeit des ersten Steuermanns ging die ganze Ballonhülle leider über Bord. Nur das kleine Mastrodon blieb bei uns und verursachte, dass wir mit unheimlicher Geschwindigkeit hinuntersanken und bei ihr kurz gelandeten. Tun Sie bloß, was in Ihren Kräften steht. Die Russen trinken wie die Tollen, aber sie werden dabei immer blutgieriger. Wenn ich das Mastrodon nur fortschaffen könnte. Ich kann mich doch mit diesen Kerls nicht schießen. Außerdem würde hier die Gewalt alles vernichten. Helfen Sie Ihrem alten Baron Münchhausen. Nun wussten wir alles. Gleichzeitig ahnten wir aber auch, wie alles enden würde. Der Baron ist ein starker Mann. Aber wie soll er gegen berauschte Russen aufkommen? Außerdem, eine Gefahr steckt in dem Weiterfüttern des vorsintflutigen Tieres doch. Allerdings, 100 Meter könnte es schon lang werden. Aber kann es nicht noch bedeutend länger werden? Das ist hier die Frage. Diese Frage wurde durch das nächste und letzte Telegramm leider, leider endgültig beantwortet. Münchhausen dratete. Kleines Tier, sieben Meter lang geworden und dann in Folge von zu vielen Kohlrüben plötzlich am Herzschlage verendet. Die Russen sind sehr vergnügt. Die meisten schlafen schon. Ich sorge dafür, dass das Mastrodon dem Berliner Naturhistorischen Museum überwiesen wird. Es muss in Spiritus eingesetzt werden. Das ist in aller Kürze die Geschichte, die alle Welt aufgeregt hat, wohl die merkwürdigste Luftgeschichte. Ende von Das lebendige Mastrodon